Die Lackiererei Hirsch in Chemnitz ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Autolackiererarbeiten und Glasreparaturen geht. Ob Auto, Wohnmobil, Roller oder Fahrrad, wir kümmern uns um jedes Fahrzeug. In unserer Werkstatt in Chemnitz bieten wir Ihnen umfangreiche Dienstleistungen des Lackierens und der Reparatur von Fahrzeugkarosserien und Glas an. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und große Expertise auf unserem Gebiet. Bei uns profitieren Sie von einer schnellen Auftragserledigung, einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem hervorragenden Kundenservice.